Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu den Bergbaunachrichten. Heute mit Fiora Gold, Osisco Metals, Consolidated Uranium, MagSilver und Morsengold hier auf RohstoffTV. Übernahmekracher im Goldbusiness. Calibri Mining kündigt den 100%igen Erwerb von Fiora Gold in Nevada an und damit einen diversifizierten, auf Amerika fokussierten und wachsenden mittelständischen Goldproduzenten zu schaffen. Die angestrebte jährliche Goldproduktion soll bei etwa 245.000 Unzen und AISC von 1.020 US-Dollar pro Unze liegen. Das neu geschaffene Unternehmen wird über umfassende technische Fähigkeiten verfügen, um eine Pipeline von Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in einem breiteren Portfolio zu nutzen. Diese Wachstumsstrategie wird durch eine starke Bilanz mit einem kombinierten Bargutharm von 96 Millionen US-Dollar und keinen Bankschulden unterstützt werden. Osisco Metals beschreibt signifikante Verringerungen der Entwässerungsanforderungen auf Pinepoint. Dies ist das positive Ergebnis aus der laufenden hydrogeologischen 3D-Modellierung und deren Anwendung auf die Entwässerungskosten. Mit einer PEA-Aktualisierung ist im ersten Quartal 2022 zu rechnen und sie wird das neue hydrogeologische 3D-Modell, die Schätzung des Entwässerungsvolumens und alle damit verbundenen Kostensenkungen einbeziehen. Consolidated Uranium schließt die bereits angekündigte Akquisition und strategische Allianz mit Energy Fuels, dem führenden Uranproduzenten in den USA, ab. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Consolidated Uranium ein Portfolio von Uranprojekten in Utah und Colorado einschließlich drei ehemaligen Produktionsminen, die schnell und kostengünstig wieder in Betrieb gebracht werden können. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion schlossen die Unternehmen auch eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung ab. Dies verschafft Consolidated Uranium garantierten Zugang zur Verarbeitungsanlage White Mesa von Energy Fuels, der einzigen genehmigten und in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA. Darüber hinaus werden die Projekte gemäß der Betriebsvereinbarung weiterhin vom erfahrenen Team bei Energy Fuels geleitet. Hinzu kommt ein Borddeal mit 18 Millionen US-Dollar, der die weiteren Arbeiten massiv beschleunigen wird. Die Vorinbetriebnahme der Prozessanlage auf dem Joint-Venture-Projekt Juanisipio konnte Max Silver vermelden. Im dritten Quartal wurden mehr als 57.000 Tonnen Erschließungsmaterial verarbeitet, sodass sich die Gesamtproduktion auf über 660.000 Unzen Silber und über 1.100 Unzen Gold belief. Die vollständige Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Hervorragende Bohrergebnisse hat Morson Gold zu vermelden. Das beste Ergebnis von insgesamt sieben Diamant-Morlöchern auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Sunday Greek in den Victorian Goldfields in Australien verzeichnete das tiefste Bohrloch mit 225 Meter vertikaler Tiefe. Darin zu finden waren 21,7 Meter mit 4,7 Gramm Gold pro Tonne und 1% Antimon aus 274,7 Metern, einschließlich 0,4 Meter mit über 145 Gramm Gold pro Tonne und 20% Antimon. Sunday Greek liefert somit weiterhin eine kontinuierliche Mineralisierung über größere Streichabstände in mehreren Bohrlöchern und steigende Gehalte in der Tiefe. Nichtsdestotrotz ist die gesamte Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen und das System setzt sich 10 Kilometer weiter östlich fort und umfasst historische Minen, ohne dass ein einziges Bohrloch getestet wurde. Morson Gold hat nun 25 Bohrlöcher mit über 6.000 Meter Gesamtlänge abgeschlossen, wovon noch drei Untersuchungsergebnisse ausstehen. Die Bohrungen werden fortgesetzt und wir sind gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SRC Mining Special Situation Certificates sein oder werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.